Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal ScorpionPlays und ihr seht vielleicht schon, es sieht ein bisschen anders aus, denn ich zocke hier auf meinem iOS, auf meinem iPhone X, zocke ich jetzt Fortnite für euch Leute. Ihr seht schon, ich bin hier auch Level 1, hab jetzt hier einen anderen Gamertacker zumalerweise und nehm das Ganze jetzt vom iPhone auch auf, denn das ist jetzt ganz neu und ich bin gerade zum allerersten Mal eingelogt, ihr seht schon, Level 1 ist am Start und wir gehen jetzt hier mal direkt rein Leute, wobei ich kann mal gucken, was es hier so für Einstellungsmöglichkeiten gibt. Okay, Sprache German, ja das sieht alles noch normal aus, okay, Touchempfindlichkeit muss ich sowieso gleich checken, okay, okay. Okay, wir werden jetzt einfach mal komplett random, ohne irgendwie, okay, Gebäude wechseln muss ich auf einen machen, das kenne ich von zu Hause. Alter, hier kann man ja voll viel machen, richtig krass. Okay, dann wende ich das mal an. Wir gucken jetzt einfach mal, ich habe das selber noch keine Sekunde gespielt Leute, die letzten Tage ja übelst absuchten an der Playsi natürlich, wobei ich musste jetzt gerade sogar wirklich keinen Witz, Fabian sitzt hier im Übrigen noch, der zockt auch noch neben der Playsi, hallo. Also, ich musste gerade wirklich die Playsi einmal ausmachen, weil sie so heiß gelaufen ist, sie kam gar nicht mehr auf ihr Leben klar und ja, jetzt gucken wir mal, ob ich mich am Handy jetzt hier schnell ablenken kann, ob ich mich jetzt hier easy einspielen kann. Wobei, wisst ihr, was wir machen könnten Leute, das wäre sogar noch besser. Wir zocken jetzt erstmal eine normale Runde und dann machen wir gleich den neuen Modus am Handy, da haben wir alles abgedeckt, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist doch perfekt fürs Video und da haben wir beide Sachen drin. Okay Leute, können wir die Karte öffnen? Ja, okay, wir können auch so einen Marker setzen. Okay, das haben wir gut gemacht. Wir gehen jetzt direkt nach Tilted Leute, muss eigentlich sein, oder? Eigentlich geht es nicht anders, eigentlich müssen wir jetzt direkt nach Tilted, ey, das wird jetzt aber... Okay, irgendwie springe ich jetzt raus, aber okay. Okay, wo ist es? Wo ist Tilted? Da. Okay, der Sound, muss ich sagen, hört sich jetzt nicht so optimal an. Ich mache mal ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, irgendwie... Mal gucken, wie man fliegt, das ist schon irgendwie geil. Okay, ich glaube, wir müssten hier einigermaßen gut auch... Na, wir könnten vielleicht vorher ein bisschen verrecken, oder kriegen wir Sinn? Ne, ich glaube, wir kriegen Sinn, da bei L-Tower ungefähr zu landen. Wie hiebe ich das auf? So. Okay, jetzt habe ich die Shotgun in der Hand, ich verstehe. Und da oben? Ist das ein Ziel oder ist das direkt schießen? Das ist das Ziel? Und das ist dann schießen. Ah, okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Okay, machen wir mal die Kiste auf. Okay, die AR. Man muss sagen, das haben die wirklich gut gemacht. Das haben die wirklich gut gemacht, Leute. Okay. Wie schmeiße ich Sachen weg? Ich gehe mal hier hin. Ähm, absetzen. Ah, okay. Ey, oh, ich habe ihn wieder aufgehoben. Okay, scheiß drauf. Scheiß erstmal drauf. Erstmal nehme ich die Shotgun in die Hand. Okay. Man muss sagen, es ist wirklich nicht so schlecht. Ich hätte es jetzt wirklich schlecht erwartet von der Steuerung. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe ja schon viele Handy-Games mal auf Scorpen-Plays hier und da hochgeladen. Die meisten waren... Oh Gott, wie mache ich das jetzt kaputt? Ähm. Okay, das ging schnell. Und machen wir die Kiste mal auf. Okay. Verbände, Holz. Also so wenig Leute habe ich, glaube ich, fast noch nie gesehen auf Tilted. Irgendwo ist hier jemand. Leute, wir gehen direkt auf ihn drauf. Ja, er ist hier oben drin. Okay, den ersten haben wir direkt. Oh, was der alles hat. Gib mal das hier. Und das brauchen wir auf jeden Fall. Okay, wir haben... Wie viel HP haben wir noch? Was besteht denn das? Vier HP, Leute. Okay, Gott sei Dank. Okay, das ist erstmal richtig merkwürdig hier, diese Gunfight. Eieiei, Leute. Das hat sich ja so komisch angefühlt. Und dann nehmen wir jetzt einen Granatwerfer noch mit. Okay, ich würde sagen, das macht Sinn, Leute. Nehmen wir noch die Muni mit. Und haben erstmal unsere erste kritische Situation überlebt. Also, ich denke mal, es wird dann auch nicht mehr lange dauern, bis es auch öffentlich dann wird. Also, dass jeder spielen kann, ohne diese Einladung. Ich hatte auch mega Struggle gerade, weil es da generell irgendwie Lock-In-Probleme gibt. Ihr seht auch oben rechts, könnt ihr sogar sehen, es ist einfach fucking, ist ja fast peinlich. Die Uhrzeit, Alter. Es ist 3.11 Uhr. 3.11 Uhr, Leute. Okay, die Kiste machen wir natürlich auf. Okay, jetzt noch so ein Trank, wäre schon ganz gut. Zack. Guck mal, mein Loot ist übelst gut. Ja, ich hätte es auch gerne. Okay, so, dann. Nicht schießen. Okay. Okay. Boah, Leute, noch ein Big Shieldy. Ich will nichts sagen, aber vom Loot her 100-100. Okay, wir müssen jetzt auch los. Oh, Leute, ich hoffe, wir kriegen Besuch. Ne, die laufen jetzt auch Richtung Dingens. Wer von denen hat auch Kopfhörer drin? Was, was? Lächerlich. Aber die Zone kommt doch jetzt. Wer hat denn den jetzt getötet? Einer von hier vorne, glaube ich. Ich glaube, wir müssen weiter, Leute. Hilft ja nicht. Boah, er hätte auch mein Kill werden können, ne? Muss man ja auch mal sagen. Gott, Leute, der ist doch hier oben. Da ist er. Nein. Warte, er kommt zurück. Er muss ja auch zurück. Er muss ja hier. Oh Gott, baue ich mich da jetzt hoch? Oh Gott. Nein, ich werde angeschossen. Nein, nein, nein. Warte. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hör auf. Hör auf, hör auf. Nein, nein, nein. Ich schieß doch, ich schieß doch. Nein, nein, nein. Hör auf zu laufen. Hör auf. Nein, Leute. Oh mein Gott, ich bin tot. Ey, okay. Das ist ja so weird, das zu spielen, Alter. Okay, müssen wir nochmal. Jetzt machen wir den neuen Modus, Leute. Wenn schon, denn schon. Neuer Modus auf dem Handy. Alter. Okay, Leute, der neue Modus fängt an. Und ich würde sagen, wir gucken, was hier steht bei Hilfe anzeigen. Okay, wird nochmal alles erklärt. Okay, normalerweise müsste auch jetzt eigentlich schon der Sturm eingezeichnet sein. Warum ist das nicht so? Ich habe den neuen Modus auf jeden Fall ausgewählt. Also wir fliegen schon wieder so, dass wir tiltet gehen müssen eigentlich. Okay, man sieht den Sturm nicht auf dem Meer. Das ist auf jeden Fall noch ein Spielfehler hier. Aber man sieht ihn hier schon. Okay, wir gehen tiltet, Leute. Wenn schon, denn schon. Alter, man muss echt cool bleiben in den Gunfights. Mann, das ist ja echt nicht mehr normal. Krass, aber dass die das so gut gemacht haben. Ich komme gar nicht klar, ey. Einen guten Winkel kriegen wir auf jeden Fall nochmal. Richtig gut sogar. Für L. Also besser hätte es eigentlich nicht klappen können für den rechten Turm. Was liegt da auf dem Dach? Was ist das? Ein Schlürfi? Oh nein. Warte, gib mir das. Schnell, schnell. Oh Gott, hier wollte einer das gerade haben. Okay, jetzt muss ich erstmal klarkommen. Also, jetzt muss ich auf ihn schießen. Nachdem ich... Okay, Leute. Easy. Das war gut. Das war gut. Hier ist irgendwo einer... Ja. Er hat ja jetzt nicht wirklich gewartet, Leute. Er checkt es nicht, dass ich noch da bin. Was ist mit ihm los? Geht mir das. Okay. Wir haben schon zwei Kills. Nein. Geht mir das bitte wieder. Ja, ich höre hier Schritte. Hier unten direkt. Er ist hier irgendwo. Wo ist er? Er war hier eben. Er ist Raketenwerfer, oder? Ich glaub's nicht. Wo ist der Typ? Er ist hier... Er muss hier gerade... gleich sein. Baue ich mich jetzt hier hoch? Okay, komm. Ich hab's übergenutzt. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Als ob ich das jetzt schaffe. Okay. Sprung und bauen. Jawohl. Wer hat geschossen von wo? Baum erstmal kaputt machen. Boah, ich hab ihn richtig hart angeschossen. Ach, warum hat das so kleines Radar... Nein, Leute. Nein, ich werd gesniped. Ich hab einfach einen 200 Meter Snipe auf dem Handy kassiert. Okay, Fabian Tryhardt gerade um sein Leben. Er ist gerade in der finalen Phase seines Games. Okay, Leute. Es ist einfach Schicksal. Wir fliegen hier schon wieder direkt übertiltet. Guck mal, was soll ich machen? Ich muss da raus. Ja, klar. Der Teiler war wahrscheinlich drauf. Okay, wir machen jetzt hier direkt... Oh Gott. Der Flug war nicht so gut. Ich flieg schon wieder übertiltet, Leute. Okay, wir müssen das jetzt mal ausprobieren. Dass wir hier wenigstens am Anfang so einigermaßen was hinkriegen. Okay, wir fliegen hier wieder zu L-Towers rüber. Und ja, Leute. Also wie gesagt, wenn ich das öfter mal machen soll, dann schreibt's in die Kommentare. Es ist natürlich so... Dass es natürlich auch vom Gameplay her nicht immer so bleiben würde. Okay, wir trägen den jetzt erstmal. Eigentlich müsste ich jetzt erstmal eine Waffe suchen. Das würde ich auch auf Konsole so machen. Aber ich bin froh, wenn ich hier überhaupt mal einen Knopf finde. Okay. Wahrscheinlich haben das manche auch schon voll viel gespielt. Okay, Medipack. Zack, zack. Nein. Er macht jetzt nicht diesen... Leute, er macht diesen verkackten L-Tower-Spot. Ich kann nicht mehr. Macht er jetzt wirklich von da oben so... Welle, Alter. Jemand, der hier wirklich gut spielt. Der hat sowas von... What the fuck, der lag. Lag jetzt auch wie auf der Konsole. Ich hab mir gerade übrigens live in der Aufnahme eine PS4 Pro bestellt, Leute. Da ist jemand. Der hat er jetzt. Okay, okay. Den haben wir, obwohl er auch eine Scar hatte. Wir können jetzt natürlich auf Double Pump gehen, aber eigentlich bringt das eh nichts. Ich bin froh, wenn ich überhaupt eine hab. Da ist er. Oh Gott. Der kommt bestimmt gleich wieder raus. Denkt der auch, der kommt wieder raus? Der war das jetzt hier aber hier nicht, oder? Doch, er ist hier. Der ist hier. Nein. Oh Gott, ich hab ihn. Ich hab ihn. Okay. Gib mal lieber die Shotgun hier. Okay, wir haben eh noch... Wir haben noch zwei Medipacks. Also eigentlich ist alles gut, Leute. Eigentlich ist alles gut. Wir müssen jetzt nur unbedingt weiter rennen. Und jetzt hier nicht irgendwie dumm sterben am besten. Wenn jetzt hier noch Shotgun-Money liegt, wäre das natürlich noch besser. Ansonsten egal. Okay, egal. Wir gehen einfach weiter. Okay, es leben noch 25. Guck mal, wie weit wir jetzt kommen. Aber die bauen jetzt nicht am Ende schon alle eine Base und so. Das können die jetzt noch nicht alle. Das wäre zu hart. Okay, vor mir läuft jemand. Komm mal, Leute. Ich verfolge ihn jetzt schon so lange. Alter. Habt noch einen, Leute. Sauber. Ah, schade, Leute. Egal. Drei Kills haben wir gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, ist das gerne ein Like dafür da. Ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, das Ganze mal auf dem Handy zu spielen. Probiert es selber aus. Bald müsste es ja eigentlich für jeden verfügbar sein. Ich würde sagen, das war es für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.